Die magnetische Suszeptibilität ist eine einheitenlose physikalische Größe, die die Magnetisierbarkeit von Materie in einem externen Magnetfeld angibt. Im einfachsten Fall ist sie eine für den jeweiligen Stoff charakteristische Proportionalitätskonstante, nämlich das Verhältnis der Magnetisierung zur magnetischen Feldstärke. In anderen Fällen kann sie von verschiedenen Größen abhängen. B. Vom Ort der Frequenz des Magnetfeldes und der vorhergehenden Magnetisierung. Ihre möglichen Werte reichen von minus 1 bis nahezu unendlich, wobei negative Werte eine Magnetisierung entgegen dem äußeren Magnetfeld bedeuten. Die magnetische Suszeptibilität ist eng mit der magnetischen Permeabilität verwandt. Der vergleichbare Zusammenhang zwischen Polarisierung und elektrischem Feld wird durch die elektrische Suszeptibilität beschrieben. Definition Die gebräuchlichste Form, die magnetische Volumensuszeptibilität, beschreibt im einfachsten Fall eine Proportionalitätskonstante zwischen der Magnetisierung und der magnetischen Feldstärke. Diese Definition ist nur korrekt, sofern magnetische Feldstärke und Magnetisierung einen einfachen linearen Zusammenhang aufweisen. Im Allgemeinen lässt sich die magnetische Suszeptibilität als Ableitung definieren, also als Änderung der Magnetisierung bei Änderung der magnetischen Feldstärke. Die Indizes bezeichnen die Komponenten der räumlichen Orientierung der entsprechenden Felder. In dieser Form ist die Suszeptibilität eine tensorielle Größe und berücksichtigt, dass Magnetisierung und Magnetfeld in verschiedene Richtungen zeigen können. Beziehung zu verwandten Größen Für die magnetische Suszeptibilität sind zwei weitere Maße gebräuchlich. Die magnetische Massensuszeptibilität in M3KG-1 bezeichnet die Suszeptibilität pro Dichte. Mit Masse und Volumen die molare magnetische Suszeptibilität in M3Mol-1 unterscheidet sich durch die Verwendung der Molmasse bzw. des Molvolumens. Die konstante magnetische Suszeptibilität steht in einem einfachen Zusammenhang mit der relativen magnetischen Permeabilität. Dies folgt aus der Abhängigkeit der magnetischen Flussdichte B von der Magnetisierung M und der magnetischen Feldstärke H. Alle obigen Definitionen beziehen sich auf das in Deutschland vorgeschriebene internationale Einheitensystem. Da im gaussischen CGS-System die Permeabilitätskonstante des Vakuums abweichend definiert wird, ergibt sich ein Umrechnungsfaktor von 4π. Da die Suszeptibilität auch im CGS-System einheitenlos ist, muss insbesondere bei Nutzung älterer Tabellenwerte auf das verwendete Einheitensystem geachtet werden. Beispielsweise beträgt die Suszeptibilität von 20 Grad Celsius warmen Wasser minus 7,19 minus 7 im CGS-System, was einem Wert von minus 9,014 minus 6 im SI entspricht. Siehe auch, Klassifizierung magnetischer Materialien. Alle Stoffe reagieren zu einem gewissen Grad auf magnetische Felder. Im einfachsten Fall konstanter magnetischer Suszeptibilität werden zwei Effekte unterschieden, die in jedem Aggregatzustand auftreten. Da sie in der Regel sehr schwach sind, werden viele dieser Stoffe auch als unmagnetisch ausgewiesen. Paramagnetismus Paramagnetische Stoffe besitzen permanente magnetische Dipole, die ohne äußeres Magnetfeld aufgrund der thermischen Bewegung über alle Raumrichtungen verteilt sind, sodass die mittlere Magnetisierung null beträgt. Im äußeren Magnetfeld richten sich die atomaren magnetischen Momente parallel zum äußeren Feld aus und verstärken damit das Magnetfeld im Innern des Stoffes. Die Magnetisierung ist also positiv und damit auch die Suszeptibilität. Im inhomogenen Magnetfeld wird ein paramagnetischer Körper in den Bereich großer Feldstärke gezogen. Die Temperaturabhängigkeit der Suszeptibilität wird durch das Kyrie'sche Gesetz bestimmt. Paramagnetismus kann auch andere Ursachen haben, so liefern Leitungselektronen von Metallen einen temperaturunabhängigen Beitrag. Beispiele für paramagnetische Stoffe Aluminium, Natrium, Alpha, Mangan, Sauerstoff O2 Diamagnetismus Diamagnetische Stoffe haben das Bestreben, das Magnetfeld aus ihrem Innern zu verdrängen. Sie besitzen kein permanentes magnetisches Dipolmoment. Im Magnetfeld werden jedoch die Pole induziert, die dem äußeren Feld entgegengerichtet sind, sodass das resultierende Feld im Inneren des Materials kleiner als außerhalb ist. Da die Magnetisierung sich also gegen die Richtung eines externen Magnetfeldes einstellt, ist die Suszeptibilität negativ. Im inhomogenen Magnetfeld wird ein diamagnetischer Körper aus dem Bereich großer Feldstärke herausgedrängt. Diamagnetische Beiträge sind im allgemeinen Temperaturunabhängig und ergeben sich nach dem Prinzip der Lenz-Schellen-Regel. Sie sind damit in allen Materialien vorhanden, wenn auch meist nicht dominant. Beispiele für diamagnetische Stoffe Wasserstoff H2, Edelgase, Stickstoff N2, Kupfer, Blei, Wasser. Einen Sonderfall stellen die Superleiter dar. Sie verhalten sich im konstanten Magnetfeld als ideale Diamagneten mit. Dieser Effekt heißt Meissner-Ochsenfeld-Effekt und ist ein wichtiger Bestandteil der Superleitung. Festkörper mit einer magnetischen Ordnung sprechen sehr stark auf Magnetfelder an. Ihre magnetische Suszeptibilität zeigt dabei ein kompliziertes Verhalten. Oberhalb einer Schwellentemperatur verhält sie sich paramagnetisch, unterhalb hängt sie von weiteren Faktoren ab. Ferromagneten richten ihre magnetischen Momente parallel zum äußeren Magnetfeld aus, tun dies aber in einer stark verstärkenden Weise. Es ist vielfach möglich einen Ferromagneten komplett zu magnetisieren, sodass die Suszeptibilität einen Sättigungseffekt zeigt. Außerdem hängt letztere von der vorhergehenden Magnetisierung ab. Man sagt, sie haben ein Gedächtnis. Das Verhalten wird durch eine Hysterese-Schleife beschrieben. Beispiele für Ferromagneten sind Alpha-Eisen, Kobalt, Nickel. Die Suszeptibilität von Ferromagneten hängt, wie bei den Ferromagneten, von der vorhergehenden Magnetisierung ab. Der Grund für ihr magnetisches Verhalten ist eine antiparallele Ausrichtung von unterschiedlich großen magnetischen Momenten in einem Kristall. Das Kristallgitter eines ferromagnetischen Stoffes lässt sich durch zwei ineinander gestellte Untergitter beschreiben. Dabei stehen ohne äußeres Magnetfeld die magnetischen Momente der Untergitter genau antiparallel, sie haben aber unterschiedlichen Betrag, sodass ohne angelegtes Feld eine spontane Magnetisierung vorhanden ist. Die Magnetisierungskurve ist ähnlich zu der von Ferromagneten aber mit wesentlich niedrigerer Sättigungsmagnetisierung. Ein Beispiel für ein ferromagnetisches Material ist Magnetit. Antiparomagnete sind magnetisch ein Isotrop. Ha, ihre Suszeptibilität hängt von der Orientierung des Festkörpers im Magnetfeld ab. Liegt das äußere Magnetfeld in einer Ebene mit den elementaren magnetischen Momenten, so ist der Zusammenhang zwischen Suszeptibilität und Temperatur näherungsweise linear. Da steht das Magnetfeld senkrecht zu jener Ebene, so ist die Suszeptibilität näherungsweise temperaturunabhängig. Das Kristallgitter eines antipharromagnetischen Stoffes lässt sich durch zwei ineinander gestellte Untergitter beschreiben. Dabei stehen ohne äußeres Magnetfeld die magnetischen Momente der Untergitter genau antiparallel, sie haben aber gleichen Betrag, sodass ohne angelegtes Feld die Magnetisierung verschwindet. Die Temperaturabhängigkeit wird durch die Nähltemperatur beschrieben. Beispiele für Antipharromagneten. Metalle mit eingebauten paramagnetischen Ionen wie MNO oder MNF2, Ferri- und pharromagnetische Stoffe können als Permanentmagneten verwendet werden, wenn diese nach Abschalten des äußeren Magnetfeldes eine große Restmagnetisierung aufweisen. Weichmagnetische Werkstoffe lassen sich hingegen sehr einfach magnetisieren und werden deshalb beispielsweise für Generatoren und Transformatoren verwendet. Berechnung mittels der Guizienwaage Zur Guizienwaage siehe Magnetochemie Mit einer Guizienwaage können die Änderungen zweier Kräfte gemessen werden. Die Änderung der Schwerkraft, die auf die Waage wirkt, ist das Produkt aus Masseänderung und schwere Beschleunigung. Durch Einbringen eines para- oder diamagnetischen Stoffes in ein magnetisches Feld H werden die Feldlinien zusammengezogen oder gespreizt. Dadurch ändert sich die Kraft mit der Fläche A der zu untersuchenden Substanz, die vom Magnetfeld durchdrungen wird. Aus dem Gleichgewicht an der Waage kann die Volumensuszeptibilität bestimmt werden. Aus der Beziehung für das Magnetfeld kann das magnetisierende Feld für das Vakuum bestimmt werden. Für einen Neodym-Magneten mit einer magnetischen Flussdichte B ist gleich 0,29 T ergibt sich beispielsweise eine magnetische Feldstärke H ist gleich 230.781 A 2899 hier direkt auf der Oberfläche eines Pols. Das magnetisierende Feld ist ebenso wie das Magnetfeld abhängig von Position und Entfernung vom Strom durchflossenen Leiter oder Magneten und kann durch Kreisintegralrechnung genau bestimmt werden. Magnetische Suszeptibilität einiger Materialien, siehe auch, Suszeptibilitätsgewichtete Bildgebung, Permittivität, Fähre der Waage.